Musik Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr hier und das schon bei einem sehr hohen Niveau von letztem Jahr. Ich habe das Gefühl, das läuft saugut. Ich habe mich vorhin erkundigt, wie wir jetzt gegessen haben und wir haben eine Vierteltonne Fleisch gegessen. Darf ich zu dieser Vierteltonne gerade noch etwas sagen? Wir haben in der letzten Woche ins Buch der Rekorde mit unserer Ofengröße. Dann haben wir uns zugeschrieben, die Ofengröße ist nicht entscheidend, 500 Kilo ist der Weltrekord. Wir sind letztes Jahr stark gewachsen und noch höher wieder. Wir werden einen höheren Umsatz erreichen für über 215 Millionen Euro. Wir waren noch nie so erfolgreich wie jetzt. Ich kann es auch in Zahlen ausdrücken. Wir haben 2015 15.000 Kunden bedient. Also wir haben ein Kundenwachstum von 13.000 auf über 15.000 hier. Und das ist eigentlich der Ausdruck, was die Firma Meusburger da jetzt hauptsächlich in Europa und auch teilweise weltweit für ein starkes Unternehmen mittlerweile ist. Mit einer starken Marke, ein starkes Produkt und einem super Service. Super Stimmung, das war genial, wir haben auch den Jahresrückblick gemacht und das hat mir super gefallen. Also die Weihnachtsfeier von Meusburger, die ist immer sehr, sehr toll. Die Weihnachtsfeiern sind immer super bei Meusburger. Ich wünsche euch einen schönen Viertag und ein gutes Fest und ich freue mich. Danke.